Vorlesen, das schafft Bindung und Verbindlichkeit zu den Mittlern zwischen Innen- und Außenwelt, der vorlesenden Person, der Geschichte, der Sprache, dem Lesen als Akt der Aneignung an sich. Heute findet zum vierten Mal der österreichische Vorlesetag statt. Und auch wir reihen uns ein und stellen heute eine Erzählung der englischen Romanautorin und Reisejournalistin Lisa St. Aubin de Terran vor, die Sirene. Es liest Dorothy Steinbauer. Als ich ein Kind war, lebte ich am Meer in einem rosa Rheinhaus am Strand von Portsmier. Aus meinem Schlafzimmerfenster konnte ich im Winter sehen, wie das Rettungsboot zu den Fischerbooten ins Wasser und aus dem Wasser gezogen wurde. Und ich konnte die rote Sturmflagge sehen, die den einheimischen Jungen wie ein rotes Tuch zuwinkte. Ich kannte jedes Detail unseres Strandes, den Abstand zwischen den Wellenbrechern, die Gezeiten und wo man den dicksten Blasentang fand. Nach jedem Sturm war der Strand übersät von Schwemmholz, Treibgut, Meeresglas und Hunderten von neuen Muscheln. Ich sammelte damals Muscheln und versteckte sie in einer alten Hutschachtel auf dem Dachboden. Meine Mutter erlaubte mir nicht, Muscheln oder anderes aus dem Meer in unserem Haus aufzubewahren. Der Blick aus unserem Wohnzimmer ging hinunter auf den Strand und über die Küste von Cornwall, aber Mutter benutzte es selten. Ihr war die Küche nach hinten hinaus lieber, wo sie die Kontrolle hatte. Im Wohnzimmer gab es zu viele Schlüssel, zu viele bittere Erinnerungen. Mein Vater war Seemann und das Meer holte ihn immer wieder fort. Als er das letzte Mal ging, war ich acht Jahre alt. Und noch immer hat er sein Versprechen nicht eingelöst, wieder nach Hause zu kommen. Aber das wird er noch. Davor war er oft fortgegangen, aber alle paar Monate oder so, und einmal für ein ganzes Jahr kam er zurück, beladen mit Geschenken, die, wie er sagte, aus China kamen. Aber von denen Mutter sagte, sie kämen aus einem Laden in Charlestown, den sie kannte. Sie sagte immer, dass er nie mehr zurückkommen werde. Manchmal sagte sie sogar zu ihrer eigenen Mutter, dass er ein nichtsnutziger Ausreißer sei. Aber ich wusste, dass es das Meer war, das ihn festhielt, und das Meer würde ihn auch wieder nach Hause bringen. Daher spähte ich immer zum Horizont, beobachtete die Gezeiten, suchte den Sand nach Zeichen ab und wartete. Ich durfte nicht fragen, wann er nach Hause käme. Das war schlecht für Mutters Nerven. Und Mutter hatte es mit den Nerven. Sie trug ein Glasfläschchen mit sich herum, an dem sie hin und wieder schnupperte. Und wenn sie nicht daran roch, schien sie dennoch zu schnuppern, als vermisse sie das, was immer darin sein mochte. Sie sagte mir, es enthalte Riechsalz. Und da ging es mir besser, denn obwohl sie es nicht zugab, wusste ich, dass sie meinen Papi eigentlich auch liebte. Wenn ich den salzigen Tang des Atlantik rieche, erinnert mich das bis zum heutigen Tag an ihn. Und der Gedanke tröstete mich, dass meine Mutter ihre Wehmut in Fläschchen gefüllt mit sich herumtrog, neben ihrem hohen Blutdruck und ihren Nerven. Meine Mutter war eine große, dünne Frau, mit Falten im Gesicht und auf den Händen, die sich beim geringsten Ärger zu einer Maske und Handschuhen des Grams verknitterten. Da wir allein lebten, war meist ich es, die sie ärgerte. Unsere Nachbarin war Bäckerin. Sie hatte in ihrem Haus einen kleinen Laden, wo sie Fleischpasteten, Brot und fettige Kuchen verkaufte. Sie war immer sehr nett zu mir. Ich fragte sie einmal, warum meine Mutter so viele Falten im Gesicht hätte, und sie sagte, das sei alles, was mein Vater ihr gelassen habe. Danach war ich traurig, weil mein Papi ihr nichts geschenkt hatte als Kummer, während er mir das Geräusch des Meeres geschenkt hatte. Jedes Mal, wenn Papi nach Hause kam, wurde ich hinausgeschickt und sollte auf der Treppe sitzen oder am Strand spazieren gehen, während Mutter ihn an alles erinnerte, was er vergessen hatte, und ihm erzählte, wie hart ihr Leben sei und wie sich ihr Herz verhärte. Papi durfte nicht sprechen. Was er auch sagte, sie schrie nur, ich glaube dir nicht. Manchmal machte sie das auch mit mir. Wenn meine Eltern eine ihrer, wie die Bäckerin es nannte, Versöhnungen hatten, vergaßen die beiden mich ganz. Unsere Nachbarin brachte mir etwas zu essen, während ich wartete, oder holte mich zu sich hinein, und um mich zu beruhigen, sagte sie, er kriegt sie rum, Mary. Mach dir keine Sorgen, er kriegt sie immer rum. Dein Vater mag kein großer Seemann sein, aber er weiß immer, wie er sich durch einen Frauenrock navigiert. Wacht's ab. Ehe du dich versiehst, rufen sie dich zum Tee. Dann nahmen wir Großmamas alte Dultenteekanne, und es gab einen Berg Zimtost. Mutter trank ihren Tee, die Augen rot. Die Oberlippe zitterte leicht an der Tasse. Wenn mein Vater fort war, reagierte sie auf ihre Einsamkeit, indem sie den Mund sehr fest zusammenpresste, als verwahre sie dort das Haushaltsgeld und fürchte, es könne herausfallen. Sie lächelte überhaupt nur, wenn Papi länger als eine Woche blieb. Hin und wieder entspannte sie ihr Gesicht, und dann zitterte ihr Mund, während er sich langsam entschied, ob es sicher sei, zu lächeln. Die beste Zeit meines Lebens kam, wenn Papi und ich Hand in Hand die Steinstufen zum Strand hinuntergingen. Er hatte große, weiche Hände mit schwarzen Haaren auf den Fingern und einen Goldring unter dem größten Fingerknöchel aus Gold von der Küste Genias. Er hatte eine Tätowierung auf einem Unterarm. Ein Herz und drin mein Name, Mary. Um mich sagte er nie zu vergessen, wenn er zur See fuhr. Mutter war auf diese Tätowierung ein wenig eifersüchtig und behauptete, sie sei schon da gewesen, bevor ich geboren wurde. Aber sie mochte seine andere, die mit dem grünen Adler, der eine Schlange fraß, die einen Indianer gemacht hatte. Mein Vater war dunkel wie ein Piratenkapitän. Er hatte schwarze Locken, die ihm immer in die Augen fielen, und einen schwarzen Schnurrbart, an dem er kaute, wenn er unruhig war. Auch ich war dunkel. Aus seiner Rippe gemacht, wie geschnitztes Treibholz und mit Schiffsteer bestrichen, sagte er. Ich war froh, dass ich nicht blond und runzlig war wie meine Mutter, obwohl ich sie wirklich auch liebte. Ich konnte nichts dafür, dass ich meinen Vater einfach mehr liebte. Er liebte den Strand. Unser Haus war seine Wahl gewesen, so nah am Meer, dass man die Wellen brechen hören und sehen konnte, wie sich flüsternde Gischtstreifen über den Sand zogen. Wir gingen stundenlang, die Schuhe in der Hand oder zusammengebunden um den Hals gehängt. Er hob kleine Muscheln auf und sagte mir, was sie waren, und ich hörte zu, als wüsste ich es nicht. Porthmior hatte viele Napfschnecken und Miesmuscheln, Scheidenmuscheln und die weißen koralligen Kuttelfische. Aber die Muschelgeschäfte im Dorf verkauften andere Muschelarten, poliert und in exotischen Farben glänzend. Papi kaufte mir immer Abalonen und Perlmutter. Er nahm die großen Muscheln, hielt sie sich ans Ohr und lächelte. Das ist das schönste Geräusch auf der ganzen Welt, Mary, das Geräusch des Meeres. Dann reichte er sie mir, damit auch ich es hören konnte, und aus der Höhlung klangen wirklich Wellen, die sich weit entfernt brachen. Wenn du ein Junge wärst, nehme ich dich mit auf Fahrt über die Ozeane. Aber das Meer ist nichts für Mädchen, Mary. Das Reden am Meer machte Papi immer merkwürdig nachdenklich. Er sprang von einem Thema zum nächsten, stocherte im Teich seine Gedanken wie mit einer Garnelenreuse, zog hier einen Seestern, dort eine Seeanemone heraus, manchmal auch nur eine Handvoll Kiesel. Männer sind nicht so schlecht, weißt du, egal, was deine Mutter dir erzählt. Und ich bin auch kein schlechter Kerl. Seeleute waren noch nie sesshaft. Manchen Menschen liegt das Umherziehen im Blut. Ich wünschte, ich könnte bei dir bleiben, nur wir beide. Ich konnte Gemeckere noch nie leiden. Deine Mutter war so anders, als ich sie kennenlernte. Abends, wenn ich schlafen sollte, hörte ich aus dem Schlafzimmer meiner Eltern gedämpftes Schimpfen, und ich wusste aufgrund der vereinzelten Schluchtsammerer Mutter, dass Papi bald wieder fortgehen würde. Die unterdrückten Geräusche ihres Streits waren für mich ebenso eindeutig wie der durch die Nacht sich hinziehende Ton einer Schiffssirene. Mein Vater packte seinen Seesack und ging wieder. Meine Mutter presste die Lippen zusammen, band ihr Haar wieder straff zurück und litt unter ihren Nerven. Und ich hatte nur noch meine Erinnerungen, den Dachboden, meine Muscheln und den Strand, bis er zu mir zurückkam. Er kam immer wieder, Jahr um Jahr, bis ich acht war und krank wurde. Sein Geräusch verlor und das Meer ihn für immer verschluckte. Ich glaubte, er sei ertrunken, aber Mutter sagte nur, sie wünschte, er wäre es. Aber es könne nicht sein. Sie weigerte sich noch, über ihn zu sprechen, und ich musste lernen, ohne ihn zu leben. Keines der anderen Kinder schien zu verstehen, was es bedeutete, einen Seemann verloren zu haben, außer Susan und Emily Porsen, deren Vater mit seinem Fischerboot vor Lens Ant gekentert und ertrunken war, bevor er das Rettungsboot ihn fand. Aber ihre Mutter sprach über ihn, ging mit ihnen zu seinem Grab auf dem Friedhof, um seiner zu gedenken, und auf ihrem Kamin stand eine Fotografie von Mr. Porsen, wie er unter seinem Südweste hervorguckte. Also spielte ich ein wenig mit Susan, aber Emily war gemein, und sie mochte mich nicht. Mutter fand, Spielen sei Zeitverschwendung. Aber ich hatte so viel Zeit, dass ich nicht wusste, was ich damit anfangen sollte. Sie schlug Nähen vor, aber das gefiel mir nicht. Ich kletterte lieber durch die Falltür auf den Dachboden und tat, als hätte ich selbst ein Boot mit Mast, Segel und Rudern. Ich saß an der winzigen Dachluke, beobachtete die Wellen, hielt dabei Papis Muschel dicht ans Ohr und lauschte. Egal, was die anderen sagen mochten, ich wusste, wenn mein Vater nicht ertrunken war, würde er zu mir zurückkommen. Selbst als ich zwölf, dreizehn und älter war, konnte ich mich noch an sein Gesicht und seine Stimme erinnern, konnte mich daran erinnern, wie er sagte, wenn du einen Mann hast, Mary, hab ein wenig Geduld mit ihm, sei freundlich zu ihm. Freundlichkeit erreicht viel. Nicht schwach, verstehst du, aber nicht bitter. Das Meer ist salzig, aber es ist nie bitter. Damals träumte ich, dass ich mich einmal in einen Mann verlieben würde, der genau wäre wie mein Vater, und ich wäre so freundlich, dass er niemals fortgehen und nicht zurückkommen würde. Er müsste dunkel sein wie ich und mein Papi und seine Lerven legen nicht blank, noch wären sie zum Zerreißen gespannt. Zum Tee würde ich ihm Berge von Zimttoast machen. Solange er mich liebte, würde ich ihm nie Vorwürfe machen oder ihn an Dinge erinnern, die er vergessen wollte. Er würde Seemann sein. Nach jeder Reise würde er mir Geschenke aus der Karibik oder der Südsee mitbringen. Unser Wohnzimmer wäre voll mit Fächern, Schals und geschnitzten Holzgegenständen und es läge kein einziger Staubbezug darüber. Ich würde nie zu unseren Kindern sagen, er sei ein Tunichtgut. Und wenn er ertränke, würde ich nie sagen, ja, und zwar in Sünde mit einer dicken Frau in Charlestown. Aber er würde sowieso nicht verloren gehen, sondern immer wieder heimwärts fahren. Als ich siebzehn war, zogen wir nach Charlestown. Ich bekam eine Stelle im Segelladen, wo ich an der Kasse arbeitete. Ich hatte viele Gerichte über meinen Vater gehört, nicht nur die verbitterten Geschichten, die meine Mutter erzählte. Es schien, als könne ich ihn dort finden, also fing ich an, ihn zu suchen. Ich trank in den Kneipen am Hafen, hörte den Gesprächen der Fischer und Seeleute zu und hoffte, seinen Namen zu hören oder einen Freund zu finden, der mich zu ihm führen würde. Mutter nannte mich eine Schlampe, als sie erfuhr, dass ich allein in Bars ging. Aber es war mir egal. Wir kamen damals nicht mehr zurecht miteinander. Eines Abends, ich glaube, es war Oktober, sah ich meinen Vater in einer Ecke sitzen mit dem Rücken zu mir. Aber bis ich überlegt hatte, wie ich mich am besten zeigen sollte und zur Begrüßung hingegangen war, war er nicht mehr da. Ein anderes Mal sah ich ihn am Laden vorbeigehen. Ich verließ die Kasse und lief hinter ihm her. Ich wollte Papi rufen, aber meine Stimme war eingeschrumpelt. Also holte ich ihn stattdessen ein und fasste ihn an der Schulter, bis er sich umdrehte. So traf ich Spiros, das Ebenbild meines Vaters, den Mann, der mich mehr liebte als alles auf der Welt, mehr als seine eigene Insel, sagte er. Er stammte von der Insel Antipaxos und ich war die Freundlichkeit, die er in der Ferne fand. Amkei nannten sie ihn Spiros, den Griechen. Aber er sprach das gleiche, schöne, singende Westküstenenglisch wie mein Vater. Er brauchte mir nicht zu sagen, dass er Seemann war. Ich erkannte es an seinem Gang und der wunderbaren Ruhelosigkeit seiner gesprengelten braunen Augen. Sein Körper bewegte sich zum Rhythmus der Gezeiten und morgens und abends brandeten seine Wogen über mich. Mutter hasste ihn von der ersten Minute an. Sie sagte, es könne nicht wahr sein, wie sehr er meinem Vater ähnele. Seine Hände seien zu weich, als dass sie die Hände eines Seemanns sein könnten und sein Kopf stecke voller Lügen. Ich hätte ihn trotzdem geliebt, aber ich liebte ihn mehr, nachdem Mutter gestorben war. Er zog in das Häuschen, das sie mir vererbt hatte. Ich verwöhnte ihn, so gut ich konnte, und versuchte nicht, an die Blutungen in Mutters Gehirn zu denken, die sie auf der High Street getötet hatte. Er sagte, wir würden heiraten, wenn er von der nächsten Reise zurückkäme, und er schenkte mir einen Ring und ließ mir einen Spitzenunterrock dar, der mich an ihn erinnern sollte. Er sagte, er bliebe vielleicht sogar zwei Monate fort, aber es war mir egal. Ich habe jetzt zwei Jahre gewartet, aber ich weiß, er wird nach Hause kommen, er hat es mir versprochen. Den ersten Winter verbrachte ich im Parterre, machte Zimttoast für zwei, falls er nach Hause käme und früher und hungrig wäre. Ich hatte damals eine Stelle als Kellnerin im Too White Cox, aber ich gab sie auf, weil mir die Seeleute dort ständig erzählten, Spiros sei gar keiner von ihnen, und sie sagten, das einzig Griechische an ihm sei das Schwarz seiner Locken. Aber er war mein Mann, ich hielt zu ihm und werde immer zu ihm halten. Die Dame vom Sozialamt sagte, ich sollte einmal das Haus verlassen und Formulare ausfüllen, aber dafür ist noch Zeit, wenn Spiros nach Hause kommt. Sie klagt über die Kälte hier am Ortsrand, jetzt wo das Gas abgestellt worden ist, aber ich friere gar nicht. Mir ist innen sehr warm. Ich wünschte, das Fenster ginge zum Meer hinaus, aber es macht nichts, denn ich kann es immer hören. Am liebsten ist es mir, wenn es schneit und das Gras im Park sich wellt. Manchmal denke ich, dass meine Mutter mehr begriff als ich. Ich wollte, dass meine beiden Männer auf Schiffen lebten oder ich dachte, dass ich das wollte, aber in Wirklichkeit will ich sie hier bei mir. Papi sagte, Mädchen können niemals zur See fahren. Vielleicht wollte er mir verständlich machen, dass einige Menschen in ihren Träumen zur See fahren. Ich hätte nicht ständig um solche exotischen Fächer bitten sollen. Ich hätte sie nicht ständig bedrängen sollen. Wenn sie zurückkommen, beide oder einer von ihnen, werde ich das nie wieder tun. Ich habe jetzt meine eigenen Sachen, die alten, die ich als Kind hatte und ich kann die Welt von hier umsegeln. Darum bleibe ich auf dem Dachboden, damit sie wissen, dass ich Geduld mit ihnen habe. Nach der Beerdigung habe ich Mutters Sachen durchgesehen und Fotos von meinem Vater gefunden. Ich zeigte sie Spiros. Ich hatte ihm schon erzählt, wie sehr ich den einzigen Seemann vermisste, den ich außer ihm gekannt hatte. Spiros fehlte er auch. Danach war er nie mehr ganz der Alte. Er wurde so unruhig, dass ich nicht wusste, wie ich es ihm recht machen sollte. Er stellte mir viele Fragen über meinen Papi und ich liebte ihn deswegen noch mehr. Ich hatte nie jemanden getroffen, der sich so sehr für ihn interessierte. Dann packte er eines Tages seinen Seesack und sagte mir, er müsse gehen. Er war böse auf seinen eigenen Vater, böse geworden, seit ich begonnen hatte, über meinen Vater zu sprechen. Die Dame vom Sozialamt sagt, Spiros wird niemals nach Hause kommen. Ich glaube ihr nicht. Ich öffne ihr nicht mehr die Tür, auch sonst niemandem. Sie verstehen nicht, wie beschäftigt ich bin mit Warten. Sie haben sogar versucht, mich abzuholen, aber ich gehe nicht. Ich bin hier ganz sicher und ich spüre die Kälte nicht. Nur Verbitterung tötet und das Meer. Nichts hier nagt an meinen Knochen und das Muschelgeräusch wartet mit mir. Ich werde Spiros nicht an die Jahre erinnern, nicht an Antipaxos oder irgendeine griechische Insel, wenn er nach Hause kommt. Ich werde ihm einfach Zimtost machen und lächeln und ihm zeigen, dass ich weiß, wie man Geduld hat mit einem Mann. Dorothee Steinbauer